Nach dem Intro zeige ich euch ein tolles Feature von meinem Canon Maxify MB5150. Das Feature, um das es geht, da hatte ich die Hoffnung wirklich schon aufgegeben, dass es das bei Consumer oder Endkundenprodukten überhaupt noch jemals geben wird, sodass es auch funktioniert. Ich nehme gerade hier mit der Panasonic Kamera auf und auch die hat eigentlich so ein Feature, aber es funktioniert nicht richtig. Von was rede ich denn? Ja, ich möchte von meinen Geräten mit einem Netzwerkordner interagieren können. Was heißt interagieren? Naja, drauf speichern und davon abrufen können. Ich möchte nämlich von meinem Scanner einfach die Dokumente auf einen Netzwerkordner schieben können und nicht kompliziert irgendwelche Treiber auf meinem PC oder sonst irgendwas installieren müssen. Ja, was ist ein Netzwerkordner? Fragt ihr euch jetzt vielleicht. Ein Netzwerkordner ist ein Ordner, den ein Gerät freigibt, das bei euch im Netzwerk steht und von dem aus andere Geräte wiederum zugreifen können. Welche Geräte können sowas? Naja, also euer Router hat hinten eine USB-Buchse. Wenn ihr da USB-Stick reinsteckt, dann könnt ihr über das Webinterface vom Router konfigurieren, dass auf diesem USB-Stick halt ein Netzwerkordner freigegeben wird und ihr könnt dann von allen Geräten im Heimnetz auf diesen Ordner zugreifen. Das geht sowohl vom Handy, das geht von euren normalen PCs. Im schlimmsten Fall geht das auch vom Fernseher und jetzt in dem Fall geht das auch vom Drucker. Und die Vorteile liegen ja auf der Hand, die das ganze Spielchen hat. Ich kann einfach von meinem Multifunktionsgerät auf den Ordner scannen und kann dann von allen anderen Geräten, die ich gerade aufgelistet habe, darauf zugreifen. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn ich mal eben schnell was scannen will und das dann per WhatsApp verschicken will. Das geht super einfach. Ich kann einfach von meinem Handy, das zeige ich euch jetzt mal hier im Video, auf den Ordner zugreifen, in dem das Dokument gescannt wurde und kann es einfach mit der Teilen-Funktion aus jeder App heraus verschicken. Egal ob das ein PDF ist oder JPEG oder ein PNG, völlig egal, das kann ich verschicken. Ich kann es auch schnell zuschneiden am Handy. Ja, alles was man halt mit einem Bild am Handy machen kann oder mit einer PDF-Datei kann ich damit machen. Ich kann gleichzeitig von meinen anderen Computern auf die Datei zugreifen. Ich habe jetzt hier das auf dem Nestlaufwerk liegen, das heißt, ich kann sogar noch sicherstellen, dass es regelmäßig gesichert wird, der Scan-Ordner. Und wenn ich ganz wild sein will, dann kann ich das Bilder scannen und kann von meinem Fernseher oder von meinem Smart-TV darauf zugreifen. Wenn ihr jetzt keinen Router habt, der diese Funktion hat, ein Raspberry Pi kann diese Funktion auch bereitstellen und im allerschlimmsten Fall könnt ihr auch eine Netzwerkfreigabe von eurem Computer machen. Auch das würde gehen. Das hat immer noch den Vorteil, dass ich keine Funkel-Gekennen-Software installieren muss und kann trotzdem scannen. Dieses Feature gibt es in bestimmten Preisbereichen und bei bestimmten Produktkategorien, also im Business-Bereich schon länger. Aber halt eben jetzt hier ist das für mich ganz neu und deshalb bin ich so begeistert, dass das geht. Man könnte das theoretisch auch per E-Mail verschicken. Das halte ich aber für keine gute Idee, weil dann müsste ich ja den Drücker mit dem Internet kommunizieren lassen und dem Drücker traue ich echt nicht über den Weg. Dem habe ich jetzt sogar im Router verboten, sich mit dem Internet zu verbinden. Der darf nur im Heimnetz werken und das ist schon schlimm genug. Diese ganzen Geräte werden halt einfach nicht upgedatet und es gab ja auch schon Hackerangriffe auf Drücker. Also von daher macht da eure Firewall dicht für solche Geräte und wenn das eben halt nur im Heimnetz geht, bin ich damit schon sehr glücklich. Die Software von Canon, mit der man das konfigurieren kann, ist sehr fummelig, aber es geht am Ende und es ist ja auch nicht ganz schlecht, dass ich das am PC machen kann und nicht auf dieses fummelige Touchscreen-Menü da angewiesen bin, diese Verbindung einzurichten.